Ja, willkommen zu Werner Wienow, heute zu den Weinsponntees am Mittwoch. Und heute gibt es mal wieder Wein aus Franken, aber ja, Silvana ist es dieses Mal nicht. Wir haben jetzt auch in letzter Zeit echt viel Silvana gezeigt, wurden auch schon angesprochen, ja, ihr zeigt ja nur Silvana und ja, wir zeigen gerne Silvana, wir trinken ihn gerne, aber wir sagen, Franken ist nicht nur Silvana, da gibt es auch andere Sachen und das will ich euch heute wieder ein bisschen näher bringen. Und das will ich euch zeigen mit einem Wein vom Winzerhof Nagel. Wir haben hier aus der Linie Holznagel, da gibt es ja drei Linien, nämlich Holznagel, das ist die hochwertigste Linie, kann man sagen, den Ankernagel, das sind die besten Lagen und dann gibt es noch den Stahlnagel, das ist jetzt so die, ja, die, ja, nicht Basis-Klinie, aber so der normale Winzerweingutswein, sage ich jetzt mal. Und der Tobi Nagel, den haben wir ja schon mal besucht, hier bei einem On-Tour. Ja, mega sympathischer junger Winzer, der viel auch gelernt hat, ich glaube, der war bei Noll in der Wachau in der Lehre und auch bei Preisinger und da hat er, glaube ich, extrem viel mitgenommen. Und, ja, das Weingut befindet sich in Dettelbach und, ja, wie gesagt, für nähere Infos schaut er einfach mal in das On-Tour rein, ist zwar schon ein bisschen älter, wird, glaube ich, mal Zeit für ein WhatsApp, ich glaube, da hat sich einiges getan im Weingut. Aber kommen wir zum Weinen, also wir sind ja heute bei den Spontis und da soll es um den Wein gehen und nicht so um das Weingut. Wir sind hier eben bei einem Sauvignon Blanc, der eben aus dem 500 Liter Holzfass kommt, spontan vergoren, 48 Stunden, Maische-Standzeit, nicht filtriert, nicht geschönt, gar nichts, wirklich so wie er in den Keller kam, so kam er auch wieder raus. Das merkt man auch, also wir haben jetzt wirklich nichts Quietschiges oder sonst was, wir haben hier wirklich eigentlich die Traube Sauvignon, die einfach sehr schön hier ins Glas gebracht wurde. Also es ist wirklich, man merkt sofort, Sauvignon. Nichts parfümiert, einfach klare Frucht. Und das ist so was, wir wurden oft mal gefragt, woran merkt man, dass es ein Spontankärer ist. Ihr riecht rein und ihr wisst es einfach, so ist es einfach. Das merkt man hier einfach. Tolle Leistung schon von der Nase her. Geht schon in eine sehr natürliche Richtung, finde ich. Hat wirklich auch so was Frisches. Ein bisschen Grapefruit ist schon dabei, ja. Also eine schöne Frucht. Ja, probieren wir mal. Nichts quietschig. Lang anhaltend. Das Holz ist sehr schön eingebunden. Wirklich sehr toll gemacht, wirklich Tobi. Ganz toll. Merkt man, wirklich sehr dezent. Wirklich ganz dezent ist das Holz da, aber wirklich nur dezent. Das ist wirklich, finde ich, was, was wirklich einen guten Winzer ausmacht. Der Umgang mit Holz, das muss man einfach können. Und der Tobi kann das echt gut. Also wirklich, es gibt Weine, die sind dann wirklich vom Holz überlagert. Und du wirst einfach nur, das Holz macht alles platt. Und das ist hier nicht der Fall. Das Holz unterstützt, das war für die Gärung wichtig, für die Mikrooxidation. Dafür war das wichtig. Und das merkt man im Wein einfach. Erinnert mich jetzt, also in der Blindverkostung würde der schon extrem rausstechen. Also es wäre einfach was ganz anderes. Ich könnte mir vorstellen, also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass da auch ein paar Bären vielleicht im Fass mit drin waren. Bin mir nicht sicher. Könnte ich mir gut vorstellen. Ganz moderner Sauvignon Blanc, ordentlich speckig oder sonst was. Schön frisch, aber wirklich im Mund präsent. Und nicht irgendwie überladen oder sonst was. Ist für mich jetzt ein perfekter Essensbegleiter. Wirklich ganz toll. Für moderne Küche. Ralf wird jetzt wieder hier den Fischkenner raushängen lassen. Das bin ich ja nicht so. Aber dafür wäre da mit Sicherheit was ganz Tolles. Oder zur Crossover-Küche. Gibt es ab Weingut, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 18 Euro kostet der ab Weingut. Und der ist jeden Euro wert. Also ist wirklich ganz, ganz toller Wein. Gefällt mir. Sind wir in den 40ern auf jeden Fall. Und ich würde dem schon... Also die 43 hat er bei mir. Also großes Kompliment. 43 Punkte. Das vergeben wir nicht so leicht. Ich bin mir ganz sicher, dass der sich noch extrem weiterentwickelt über die Tage. Also ich werde den jetzt wirklich mal über zwei, drei Tage nochmal probieren. Und bin mir ganz sicher, da tut sich noch einiges in der Flasche. Also wirklich Kompliment. 43 Punkte. Ich gebe ab an Ralf. Aber wir zeigen euch sicher noch den einen oder anderen Wein heute. Also schaltet weiter ein. Beziehungsweise bleibt drin. Und guckt einfach mal, was wir noch so heute präsentieren. Also bis denn. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, schauen wir mal hier. Da stehen... Da stehen einige Flaschen. Schauen wir mal. Ai. Was ist das? Ah. Eva Vollmer. Riesling, Herrenberg, Rheinhessen. 2013. Sehr gute Wahl. Los geht's. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei den Spontis am Mittwoch. Heute fange ich mal an. Eva Vollmer, Herrenberg. Riesling, Jahrgang 2013. Zunächst mal schöne Grüße, Eva. Wir waren ja vor einigen Jahren bei dir. Mittlerweile, glaube ich, Dr. Eva Vollmer. Und das Etikett gibt's so auch nicht mehr. Da hat's also einen Wechsel gegeben damals. Wobei mir das Klassische auch gut gefallen hat. Eva Vollmer bestimmt eine der schimmernden Figuren im deutschen Weinbau der letzten 20 Jahre. Ehemalige Weinkönigin. Und hat sich mit ihrem Mann das Weingut selbst aufgebaut. Haben wir, wie gesagt, ein schönes On Tour gedreht. Und da hat sie auch erzählt, ja, dann haben wir uns eben zu Weihnachten mal gegenseitig einen Edelstahltank geschenkt und so. Finde ich super. Ja, finde ich wirklich super. Und was ich bisher an Weinen probiert habe von ihr. Große Klasse. Super Scheurebe. Für mich eine der Besten in Deutschland. Und, ähm, ja, sie ist auch wegen ihres Dornfelders bekannt. Einer der wenigen, die wirklich gut trinkbar sind. Und, äh, ich glaube, sie ist auch so ein bisschen, äh, ähm, sehr im Fokus vom Stuart Pigott. Und, ähm, ja, ich sabbel hier um, ja. Ja, jetzt kümmern wir uns mal um den Wein. Rheinhessen Riesling. Boah. Heideidei. Also ich liebe es ja, wenn Riesling so reif wird. Und wir haben einen trockenen Riesling. Von der Nase her wird er ein bisschen reif. Aber er ist immer noch frisch. Also wunderbare Fruchtnoten. Der müsste aber aus dem Holz kommen. Ich nehme mal ein großes Holzfass. Boah. Hat jetzt nicht die aggressive Säure. Jetzt zum Beispiel in der Palz, ja. Wunderschöne Salzigkeit. Teilweise Honig erhoben. Ich schmecke aber auch so etwas getrocknete Aprikose. Aber er ist trocken. Er ist wirklich trocken. Hat er ein unheimlich schönes, schönes Aroma. Ja. Wow. Wie gesagt, Preis kenne ich nicht. Aber ich nehme an, der wird irgendwo zwischen 20 und 30 Euro liegen. Also wir sind ja schon in einer sehr gehobenen Riesling-Klasse drin. Und er macht immer mehr auf. Immer mehr. Aber ich finde, es ist schon ein typischer Rheinhesse. Schöner Terroir-Charakter. Fließgeschwindigkeit. Ja. Das ist kein Wein für die Verwandtschaft. Das ist einer, den trinkt man nur mit besonders guten Freunden. Ausnahme natürlich, wenn die Verwandtschaft auch besonders gute Freunde sind. Brüder zum Beispiel. Das ist klasse. Wirklich schön klasse. Der Weinbergspfirsich kommt jetzt. Der ist schon noch frisch. Den hätte ich auch noch liegen lassen können. Pfff. Dann hat der Weinbergspfli. die 42 punkte um so exotische augen noch dazu bisschen litschi bockert was hast du heute im glas ich melde mich dann noch mit dem zweiten spontan vergoren müsste er übrigens auch sein bis nachher servus trinkt mehr riesling eva vollmer müssen wir mal eine aktuelle verkostung machen bis gleich ja wir kommen zum zweiten teil hier aus würzburg von berner wien und den wein spontan heute ja ich habe mir gedacht es wird mal mehr zeit für wissen was schon des schaumwein es ist heute bei uns hier wir haben schon vor ein paar monaten mal die weine von jula schittler vorgestellt wir haben hier also von jula schittler vom weingut schittler becker ein pinot blanc brut traditionelle flaschengärung also wirklich richtig schöne sache jetzt schauen wir doch mal wie das ganze so ist ich mache es jetzt nicht mit naja sabieren und so das dürfen andere machen aber schauen wir mal ob ich das noch hinkriege ganz wichtig ist es natürlich hier erst mal alles schön zu entfernen das heißt papier dann den korken schön festhalten und die flasche drehen hopp 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 und papp geht so schauen wir doch mal wir haben ja pinot blanc äh sekt und wird im traditionellen flaschen in der traditionellen flaschengärung hergestellt brüt heißt auch eine etwas kleinere dosage kommt bei der zweiten gärung rein und ja zwei achte liegt er dann auf der hefe und ich bin mega gespannt wie der jetzt hier ist also gibt es ein weingut so für ich glaube 17 euro also ich nehme immer ein weißweinglas dafür also ich finde das viel schöner als so eine sektflöte pinot blanc merkt man wir haben hier so grünen apfeln der weißburgunder ist wirklich sehr sortenspezifisch auch hier der sekt schöner grüner apfel bisschen melone also wirklich sehr schöne frucht die hier ist sehr schön trocken wirklich sehr schön trocken also auch die perlage sehr fein gefällt mir gut richtig schöner sekt auch so etwas belebendes finde ich etwas erfrischendes was schönes ich glaube es wird einfach viel mehr zeit dass wir dass wir einfach ein bisschen mehr sekt bei uns bringen also das macht einfach mir auch spaß es zu probieren übrigens auch sehr cool bei jedem wein von der juda schittler sieht ja oben so so die bestandteile kann sagen nach der eben schmeckt dass wir haben hier auf jeden fall was nussiges nussiges eben apfel was zitroniges floral und natürlich mineralik und das ist immer das schöne wenn ihr mal einfach ein richtig guten sekt im glas habt da merkt ihr einfach mal ein unterschied zu vielen was für industrielle hergestellt wird da muss ich jetzt sagen 17 euro für 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 ja zwei jahre hand rütteln und so weiter das ist schon echt handarbeit und auch ich meine die lese das ist ja normal ist der sektwein wird ja etwas früher gelesen es ist ja alles sehr viel handarbeit und das zahlt ja alles mit und ja 17 euro finde ich da absolut angebracht also wirklich macht spaß macht laune punkte der ist wirklich schön der ist echt schön also ich finde weißburgunder bietet sich einfach wunderbar für schaumwein an ist einfach eine rebsorte die die mag ich einfach gefällt mir gut 41 das ist ein 41er sehr schön bekommt ihr richtig viel fürs geld ist bei uns wirklich in der oberen klasse mit dabei und ist wirklich auch eine schöne kaufempfehlung also von dem her trinkt es auch mal wie ein glas sekt das schadet durchaus nicht und beziehungsweise eigentlich schaumwein schaumwein klingt eigentlich schöner als sekt von dem her macht es gut bleibt uns gewogen und ich wünsche euch noch einen schönen mittwoch und wir sehen uns bei der nächsten folge werne wiener am sonntag wahrscheinlich vielleicht auch erst die woche drauf mal schauen vielleicht ist der reif allein dran also bis dahin servus machts gut ciao ciao so schauen wir mal ui 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 zwölf. Gut, die Probleme mit den Etiketten, dass die schimmeln, die werden einige im Keller haben. Ich weiß, viele nehmen dann Plastikfolie, um das abzudecken und die Etiketten zu schützen. Ich mache das eigentlich nicht. Schauen wir mal, wie der Wein noch ist. Ja, salut, da bin ich wieder. Diesmal mit einem österreichischen Riesling. Ja, also es hilft euch wenig, wenn ich das Etikett rein, oder doch, das Tee und so weiter. Also, ich bin echt gespannt. Aber, wenn ihr in den Altweinkeller reinkommt, sehen die Flaschen oft so aus. Und das Ganze hat mit dem Inhalt nicht viel zu tun. Und wir schauen jetzt mal, wie man den Wein einordnen muss. Riecht ganz anders als deutscher Riesling. Es ist typisch Wachau, Tegernseer Hof. Mittelbach sicherlich eins der ganz großen Weingüter in der Wachau. Also, Inhaber Martin Mittelbach. Wir sind in Unterleuben bei Dürnstein. Weinbau, also Weinbau oder die Geschichte vom Tegernseer Hof, die geht zurück ins Mittelalter. Jahreszahl 1176 ist hier erwähnt. Ganz so lange ist die Familie noch nicht dort. Aber ist eine, also eine der, in Deutschland sagen wir, ist ein Pfund im österreichischen Weinbau. Wachau, das ist typisch Wachau. Ja, also Wachau, wenn du da ein Smaragd hast, der Unterschied zur Spätlese in Deutschland ist oft, Also, traditionell ist das Smaragd etwas schwerer, hat etwas mehr Extrakt einfach auch, weil es sind oft ein paar Trauben mit Boutritis mit drin im Lesegut. Das gibt so eine ganz spezielle Note. Und das ist sehr traditioneller. Sehr traditioneller Wachauer Riesling. Ganz typischer Smaragd aus der Wachau. Hat einen gewissen Anteil von Trauben mit Boutritis. So eine gewisse Honignote ist dabei. Der Wein ist aber trocken. Es ist für mich ein Wein, der perfekt ist. Ich liebe ja Innereien. Da gibt es auch mal eine Kochsendung zu. Und da würde ja sehr gut passen. Ja, also in Wien ein schönes Kalbsbries bekommst oder eine schöne Kalbsleber wird teilweise von der Lammleber geschlagen. Ja, das wissen die Leute nicht. Da passt er dazu. Genial. Säure ist jetzt nicht so hoch. Wir haben sehr stark die Marille drin. Honignoten. Also in der Wachau sind ja eigentlich diese richtig extremen Steillagen dem Riesling vorbehalten. Und ich komme ja aus dem Rieslingland. Aber Österreich ist sicherlich auch eins der großen Rieslingländer. Und der Stil Wachau ist komplett einzigartig. Wirklich komplett einzigartig. so das Traditionelle, wenn du da was gereiftes hast, wie der jetzt, der ist ja doch schon neun Jahre alt. Er ist ein bisschen barock. Das passt einfach auch zur ganzen Architektur, zur Kirchenarchitektur in der Region. Ist schon super. Ist schon super. Was macht man da? Was macht man da? Okay, wir müssen unbedingt über eine zwei guten Sendungen machen. Da ist jetzt nichts Neumodisches dabei. Ich finde, das ist ein sehr traditioneller Wachauer Riesling Smaragd. Preislich irgendwas zwischen 20 und 30 Euro. Kann ich euch nicht genau sagen, wo die Preise jetzt im Moment sind. Aber das sind Weine nicht nur zu den Innereien, die kannst du auch, wenn du wild machst. Da passen die dazu, zum Reh. Die haben einfach sehr schön. Das ist sehr schön. Da kann ich nur allen daheim sagen, schaut's, dass ihr einen Keller habt oder einen Weinklimaschrank, das geht auch. Aber es ist einfach super, sowas gereift zu trinken. Und es gab eine legendäre Verkostung, ich glaube, in den 90ern. Das waren keine Rieslinge, es waren grüne Weltliner. Aber da hat man gereifte grüne Weltliner mit Burgund zusammen verkostet. Naja, ich glaube, gewonnen haben die Weltliner. Also, aber ich muss sagen, als Deutscher muss ich sagen, Österreich kann extremst gut Riesling. Das ist komplett anders. Probiert's. Kriegt die 43. Ich brauche jetzt was zu essen. Das ist Wein zum Essen. Ich habe oben ein paar Panierchen gewässert, die werden jetzt gemacht und da gibt's den dazu. Ja, Burkhard, zurück an dich, zurück nach Würzburg. Wir haben ja heute Riesling getestet, ausgiebig. Was gibt's bei dir noch? Sontee. Nix Sontee. Bleibt's gesund. Trinkt's mehr Österreich. Riesling. Ansonsten. Höchst. Höchst. Wiss Höchst. Ein